Hallo Leute, das ist nur ein kleines Info-Video hier an der Stelle, zu dem ich alles herzlich begrüße, indem ich einfach mal sagen wollte, uh, sind da viele Monster drauf, nee, das wollte ich eigentlich nicht sagen, nämlich, dass die alte Minecraft-Welt, die wir vor Weihnachten angefangen haben, nun wieder da ist und die auf dem Realm, jederzeit 24x7 Minecraft sochten könnt und hier einfach auf dieser Welt, ähm, ja, weiter bauen könnt bei den tollen Sachen, die wir schon haben. Ich bin jetzt für den Increative mal gegangen, um einfach mal rüber zu fliegen, um mir von der Vogelperspektive anzusauen, was hier alles abgeht. Das ist aber eine reine Survival-Welt, in der wir auch im Survival spielen werden. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, ja, könnt ihr gerne auch jederzeit so nachsäuen. Ihr könnt das dann sehen, was hier vieles Cooles gebaut worden ist, sehr, sehr schön. Und da machen wir immer weiter, Mittwochsabend um 21 Uhr bis 22 Uhr im Livestream. Und wie gesagt, jederzeit für euch selbst, wenn ihr online kommt, könnt ihr den Realm aufrufen und socken. In dem Sinne, bedankt mich beim Sursehen von dem Info-Video und freuen uns nur auf viele weitere Surne-Spielstunden mit euch. Oder wüns euch viele, 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 viele Surne-Spielstunden, wenn ihr alleine sockt, hier auf dem Surne-Realm, dass da eine richtig, schöne Game-Accounts-Island entsteht. In dem Sinne, danke, sehr, was vorsehen oder Game-Accounts-City, ich weiß nicht mal, wie ich es genannt habe, damit ist ja auch wurscht, dass eine schöne Stadt entsteht. In dem Sinne, danke, sehr, was vorsehen, macht's gut und ja, viel Spaß mit Minecraft, ne? Danke, sehr, 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 sehr. Vielen Dank.